Hi, ich bin Susanna Brün und von dir will ich dir irgendetwas vertellen. Wenn die nicht im Befrieden Mond sein, dann muss ich dir nicht auswischen und hier wieder gehen. Das ist bloß für Befrieden-Möner, wo ich nur will dir reden. Ich will dir gerne sagen, dass ich dir eine Gruppe machen. Wo ich gerne in dir noch ein paar Bädbeeren habe. Ich will dir von der Gesundheit lernen und so weiter. Ich will dir nicht auswischen. Wenn deine Momente aufhören und gesundheitlich sind, dann muss ich dir nicht verstehen, worum das ist. Ich will dir nicht auswischen. Ich will dir nur deine Momente aufhören. Die Momente sind auch für ihre Gesundheit, auch für die Momente der Erde und für die Familie der Erde. Von dem, weil ich von Einheitsleute habe, und da habe ich mir sehr wohl eine Karatee und Weckenlang aufgeschoben, nur erst dort steht. Von dort reden. Und nicht erst von deinem Badenleben reden. Ich will dir gerne sagen, dass die Dinge, die weiße Menschen schaffen, wenn sie mit einem besseren Badenleben haben wollen, sind schlecht für den Körper. Bei mir wird der Doktor geben, wenn sie mit einem gewohntesten Körper. In einer Nacht haben sie ein, was sie im Badenleben haben können, und sie haben, was sie für den Eingäffekt haben. Ich will dir lange verhören. Ich will den Körper sagen, dass sie nicht mehr da sind, dass sie nicht mehr da sind. Sie haben viele Leute. Wenn die Körper nicht mehr gesund sind, dann wird nichts da. Wenn sie mal, wenn sie einen Trag haben, wird sie nicht, weil andere an der Piste mehr vor sind, dann gehen sie einen Sturterflug holen und sie dann anzubringen. Und wenn der Trag dann nicht anfangen zu schlafen anzudenken, wie soll sie dort zum Abhaken, zum Knurren fahren, zum Mexiko fahren. Ich will ihnen gleich. Ich will nicht, ob wir das sagen. Wenn sie bloß dann in Sturz gehen, eines von Briten, die sie kennen, in unseren Badenleben haben, dann wird man bloß nicht Sturz gehen, weil sie nicht hören, weil sie ganz kaputt sind. Ich ging alles verdorben. Ich will von ihr erfahren, von mit Menschen schlafen. Das will ich euch vertellen, von bloß auf dem Wind. Würde sie nicht laufen, Lebenszeit wollen, und schon gut haben, mit ihrer Mutter in der Bar, und ihr steht, dort hast du dich mit einem, den sie nicht bringen? Ich glaube, ja, sie würden. Und hier ist das nächste Ding. Wenn ihr euch nicht gebraucht habt, und ihr sagt, dass die dort nicht in Badenleben nichts mehr anhören, dann will ich nicht sagen, dass ihr alle sonst das tun, und was sie von ihnen tun soll. Und was sie von den Haulen anders haben wie in Badenleben. Badenleben hält die Leid auf. Gott hat dort gesagt, einmal, dort wollen Menschen befriedet sein, dass sie ein entscheidendes Badenleben haben. Und die kennen dort der Tipp, was sie zu bringen. Wenn sie gesünder werden, dort geht. Und gerade mit dem Moment, was sie haben, da gehen dort. Der Moment ist dort seine Fähne. Säuerfähne. Und die sind auch. Dort macht bloß mal, was du kommst, dass die kennen dort auch sein. Die von denen wird noch nicht tun. Was sie von denen tun, wenn sie nicht da oben vertrauen. Was sie von ihnen wollen. Die wollen, wenn sie Geschichten treffen, wollen sie nicht. Ich kann sie nicht. Die selbst wollen, wenn sie ein Krieg haben. Hier ist das nächste Ding. Wenn sie nicht. Wenn sie nicht mehr brauchen, sie wollen sie nicht tun. Sie wollen sie nicht tun. Sie wollen sie nicht tun. Bei der Zeit geht ihnen dort alle weg. Sie verschwindet alle. Und wenn sie ihnen verstanden, sie bellt sie nach ihnen. Sie verlangt sie nach ihnen. Dann denke ich so, wenn sie eine junge Mierl überholt haben, dann würde ich sagen, was sie nach Hause nicht tun haben. Sie haben dort einen Grund gemerkt, das jetzt abzubauen. Das jetzt abzufixen. Wenn sie denken, dass sie mit einem Unterstieg oder mit einem Jünger dann wird das begleitet. Das wird nicht. Ihr könnt ihnen dort sagen, es wird nicht. Das ist süß, gut, so ein Fan. Die wollen nur bedrafen. Das ist so sehr, sehr neulich. Die Gesundheit ist direkt mit dem Leben. Das ist psychisch, die Hormone verstaut und alles direkt mit dem Leben. Leben ist und das jetzt anzustellen, das jetzt abzuspüren und ich kann nicht bloß Mumtjes in meiner Gruppe, wenn ich das nicht in meiner Pflicht nehme, damit du lehrst und gesund wirst, und wenn du so ja bei Papern bist, nein, ich kriege einen guten Mumtjes gerade so viel und ich kriege einen auch viel mehr, wenn die mit den Mumtjes taub, mit den Mumtjes taub in meiner Gruppe sind und wir können alle Tipps wiederlehrern, dass du deine Gesundheit reinkommst. Und wenn du ihr Schwester Mumtjes gesünder wirst und die haben gerade das Verlangen für das Badenleben und die dort nicht kennen, dann wird sie verdrisslich. Dort ist bloß Tät, dort ist Täti, die merken keine Üben ab und die Säune, das dort fehlt, mit denen die Gesundheit geschaffen, auch, dass die können ab der Power kommen mit alles taub. Und dann haben die andere, die wollen die das Badenleben nicht abfixen. Wenn die nicht bei dir sind, dann kriege ich die Kräfte gut, weil ich bei dir das alles verletzt. Dort ist alle wegen, wenn das ist schwer, dann ist das schwer, wenn man gewohnt, dann wird man ein paar Mal, dass alle noch wieder zurückgeht. Dort ist, dort ist es sehr neuerlich, dass die gegen die Gesundheit in die Hänge nehmen dürfen. Und dass die auch anfangen, doll an die Gesundheit wiederherum zu geben. Ich weiß, dass ich für meine, ich weiß, was für mich machen will. Und das wird nicht hören und wir wissen, woher es ist. Ähm, ob ich gesagt hätte, hier zu sein. Äh, dort, ich kann dir helfen, äh, wenn die die Hilfe wollen, haben, äh, mit dort, die wollen gesünder werden und dort den Badenleben soll anders aufhangen. Und ich will bloß eine Gruppe rein, mit ein paar Lied, die werden, ähm, die ganze Gruppe wird, äh, da rein merken, dort wird es so sein, da kann keiner einer den anderen Säuner sein und keiner einer den anderen Säuner sein und keiner einer den anderen Säuner sein. Dort soll wenig in die Blüder in die Sparta, hart, dass es dort, dass ich das dort will. Und dann, äh, einmal dem Monat, übergangs Monat, dann wollen alle ohne Säuner beantworten, dass ihr hören könnt, dass ihr alle der Hauptsäuner, was ihr fehlen könnt, dass ihr keiner anwurscht, wer du in der Gruppe ist. Und du wollen lernen, äh, von Gesundheit und vom Badenleben, in so wieder. Und das wollen bloß Befriedenlied sein, in der Liedsäule in der Badenbaden sein. Wenn euch das so ist, wer es, äh, das ist, das Gott soll hier machen, das soll hier den Weg halten, das Gott hier machen ist. Und man im Badenleben 2 ist, äh, dann soll er viel, der Befriedenlied fällt auch ganz hüten neun. Wegen dort ist bloß immer so eine Säuner von Gott, der Badenleben soll fein sein. Gebet der Badenleben ist, gebet der Säuner Befriedenlied. Einige Menschen sagen zu mir, äh, äh, na, der Badenleben ist bloß eine Säuner verdammt, äh, wenn sie wollen und klingen haben, eins, weil Gott das nicht haben. Ich glaube nicht, ich muss eine Mietkauer anbüllen. Das schaue ich nicht. Wenn Menschen nicht befriedet sein, dann ist doch Badenleben, du, 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 das haben sich befriedet, doch dort so schaufen. Äh, wenn, wenn, wenn der Befriedenlied sich so neun Folgen, der, in krankendont verheirt, wenn die Kanzler gesagt hat, dann, die Kanzler sind präderst, die haben nicht Gesundheit, und Gesundheit, dort geht Hund in Hund, äh, mit Gott, und unsere Säule am, geht, mit Gott. Die Kanzler sind sehr neuerlich, ob ein gesünder Körper ist auch. Dort geht Hund in Hund. Die Künstler wird die Haaren sein. Soja, soja viel wird. Und vor dem immer frisch Haaren. Aber wenn die nichts mehr gesehen hätten, dann wird das schon mal auf ihrem Soja changen. Wenn die Leute sagen, dann müssen die Veränderungen ein Change haben. Du geht ein Change mehr an. Und dann wird sie den Haupt. In der Gruppe wird sie merken, dass wir immer haben, wenn sie ein Lied geworden sind. Ich will proben, wenn sie gut meinen, dann sind sie natürlich die Amt zu gehen mit denen. Aber du kannst ein blaues Lied werden sein. Nicht ich es wäre. Das nehme ich nicht an den weg. Dort wird soja geworden, die ich gekickt. Und dort sind wo ein Bestauung wird. Er kann vor Ort geben. Und ohne Ort wird er kann geben überhaupt nichts. Du werden bloß vertrauen, überhaupt nichts. Und dann wird er bei der Wiesn gerade an die Frühmenschen. Er ist ein Ding, das war dort angehunden. In der Mondsmenschenerde. Und die sind alle viel wert. Nicht einer von denen als Garbage. Nicht einer. Nicht von den Frühjahren und nicht von den Mondsmenschen. Das will ich bloß mal klar rüberbringen. Die Brüder sind nicht bloß, um die Frühjahren bis dahin abhängen, was sie von den Frühjahren aufhauen und soja stehlen kappt. Da gehen gleich weg. Und das dort, wenn er nachfangen und nachher zu kommen. Und die vielen Kräger sind, die alle bäder, die können den soja fähig machen. Und das gehen dann auch, wenn sie ihn befrieren würden. Und nicht jetzt. Ich kann den soja, nicht jetzt. Ich habe ein Deutsch-Fahrer, der ich so gut an meine Befrieden-Tit. Und nicht jetzt abzufüchsen. Ähm. Ich schaue und mich. Und nicht soja fähig. Ähm. Und keine Böffelstücke gewesen. Und er kann sich amstag vergehen. Gehäuse ist das alles auflöschen. Und wir können wieder schaufen. Ähm. Ich bin dort nicht mehr so luten. Dort bäder kommt, wo bedreht sein, dass die Frühjahren im Bad. Du hast nicht in Witte-Wut. Dort ist in einer Sorte. In einer Säule nur was. Und lang ist. Immer werden sie ein Teruber abgehören. Du fähr. Geh nehm an die Frühjahren, was noch sehr viel wird worden. Geh worden auch anwohren. Man geht in die Sünde mehr an. Dann habe ich ein ganz unteres Leben. Dann schaue ich dort alle rum. Ich wollte hier nicht so viel sagen, ob ich in der Gruppe, wo ich viel Dresda alles kriege und lehnen. In der Gesundheit. Und Gott wird nicht übleiben. Und dort. Ähm. Ich wünsche alle Basterds in Fehlläufen, wenn die mit dem Bauen, dass die alle Stunden sind, dass die wollen, wo ich in der Gruppe wollen, wo keiner kann, die nur mit einem Nummer sein. Und in einem Übgängsmonat, dass ich bloß mit ihnen ohne sie persönlich reden darf. Und ich möchte auf die Gesundheit. Und jeder Mensch, was ein wahrste Titel haben, was ich entweder gegeben haben, mir ohne sie verteilen. Jeder paar Lied. Und ich will auch den Weg halten. Dort erst mal bloß, die von Jund, wo der Haupt wählen. Der wird nicht wählen, der braucht nicht. Das ist hier bloß. Für dich, wo du möchtest, dass das überher kommen ist. Und dort die wählen in Schäden mehr. In Fehlläufe, in Gottmacht Jund. In die nehmtje, in die nehmtje sind so ja viel wird.